Immer mehr Bürgerinnen und Bürger nutzen ihren elektronischen Personalausweis, um sich digital und sicher zu identifizieren. Ob bei der Kontoeröffnung oder der Beantragung von Fördermitteln, ein schnelles Kunden-Onboarding und sichere Know-Your-Customer-Prozesse sind für Unternehmen und Behörden mit der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises realisierbar. Sie bieten Ihrer Kundschaft noch keine Identifizierungsmöglichkeit mit dem Online-Ausweis an? Mit Ausweis Ident, dem gemeinsam entwickelten Identifizierungsdienst von Gouvernicus und D-Trust, können Sie sowohl Online- als auch Vor-Ort-Szenarien umsetzen. Mit Ausweis Ident Online können Sie als Behörde oder Unternehmen Ihre Endkunden schnell und auf hohem Sicherheitsniveau im Internet identifizieren. Kundinnen und Kunden benötigen zur Identifizierung lediglich zwei Faktoren. Besitz der Ausweiskarte mit eingeschalteter Online-Ausweisfunktion sowie die Kenntnis der PIN. Als Kartenleser kann das eigene Smartphone dienen. Erstens, der Kunde startet den Registrierungsprozess über einen Laptop oder am Smartphone. Zweitens, zur Identifizierung hält er den Personalausweis an das Smartphone. Drittens, er gibt die PIN am Smartphone ein. Fertig, der Kunde ist erfolgreich identifiziert. Mit Ausweis Ident vor Ort können Sie Ausweisdaten Ihrer Kundschaft am POS erfassen und in Folgesystemen weiterverarbeiten. Die Identifizierung am POS geschieht über einen Lichtbildabgleich. Zur Legitimation des Auslesevorgangs wird die Card Access Number CAN des Ausweisdokuments genutzt. Die PIN muss nicht bekannt und die Online-Ausweisfunktion nicht aktiviert sein. Erstens, die Kundin stimmt dem Auslesen zu und übergibt ihren Ausweis an den Kundenberater. Zweitens, der Kundenberater macht einen Lichtbildabgleich der Kundin. Drittens, der Ausweis wird an ein Smartphone gehalten und die CAN wird eingegeben. Fertig, das Auslesen der Ausweisdaten ist erfolgreich abgeschlossen. Inzwischen sind weit mehr als 80 Prozent der Online-Ausweise aktiviert, Tendenz steigend. Daher erwarten Inhaber und Inhaberinnen von Personalausweisen immer mehr Dienste, bei denen sie den Online-Ausweis einsetzen können. Ausweis Ident Online und Ausweis Ident vor Ort bieten Sicherheit und Gesetzeskonformität. Durch das hohe Vertrauensniveau des Online-Ausweises garantiert Ausweis Ident eine sichere Identifizierung, insbesondere im regulierten und zertifizierungsrelevanten Umfeld. Anhand des EID-Chips wird der Ausweis zudem auf Echtheit geprüft. Zeitersparnis. Der digitale Auslesevorgang mit Ausweis Ident benötigt lediglich Sekunden und Sie und Ihre Kundschaft erhalten sofortige Rückmeldung über Erfolg oder Nichterfolg der Identifizierung. Skalierungs- und Kostenvorteile. Durch die digitale Abwicklung ohne menschliche Kontrollinstanzen ergeben sich Kostenvorteile. Zudem kann Ausweis Ident einfach skaliert werden und mit Ihnen wachsen. Datenqualität. Durch die elektronische Übertragung der Daten in Folgesysteme werden Fehler vermieden. Auf unserer Webseite unter Lösungen finden Sie weitere Informationen zu den Ausweis Identprodukten. www.d-trust.net